Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier am Hauptsitz von GOB und auch von der GOB-Zeitung in Basel. Ab heute immer exklusiv auf Facebook live am Montagmittag. Ein ganzer, auch exklusiver Einblick in die neue GOB-Zeitung, wo Sie dann ab dem Dienstag bei sich im Briefkasten haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.